Was für ein Ergebnis! Deutschland zu 1-9-Frauen-Nationalteam hat ein EM-Qualifikationsspiel gegen Estland Haushoch für sich entschieden. Die deutschen U1-9-Fußballerinnen haben im zweiten Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die EM in Schottland 16. Bis 28. Juli 2019 ein Schützenfest gefeiert und den Einzug in die zweite Runde so gut wie sicher. Das Team von Trainerin Maren Meinert gewann in Danganon, Nordirland gegen ein völlig überfordertes Team aus Estland mit 21 zu 0, 10 zu 0. Beste deutsche Schütz in Warschöke Nürsten mit sechs Treffern. Am kommenden Montag bestreitet das Team des Deutschen Fußballbundes DFB das dritte und letzte Gruppenspiel der ersten Runde gegen Gastgeber Nordirland. Am vergangenen Dienstag hatte die DFB 11 bereits den Kosovo 6 zu 0 geschlagen. Punkt. Die beiden Erstplatzierten und die zwei besten Dritten aller zwölf Gruppen ziehen in die zweite Qualifikationsrunde im November ein. Punkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020